Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, wir sind immer noch in der Expeditionsliga und es ist immer noch hier mit dem schnetzelnden Horst. Wir sind immer noch unterwegs und wir sind hier mitten in Akt 9. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir den 9. Akt fertig machen. Dann geht es ja auch schon langsam aber sicher Richtung 10. Akt. Also wir haben auch Aszendenzprüfung, haben wir hier schon gemacht im 9. Akt. Das heißt, SM 10. Da haben wir die letzte, dass wir nochmal in das Lords Labyrinth dürften. Wir müssen einfach mal gucken, ob wir da auch wirklich hinwollen. Und wir kriegen hier tatsächlich auch schon eine Belohnung und zwar zwei passive Fertigkeitspunkte. Ich will nochmal ein bisschen was verkaufen. So, was ist denn der Ring? Der war ja nicht so doll. Oder den brauchen wir nicht mehr. Also kommt der auch weg. Wo wir denn schon gerade hier sind. Und das so. Legen wir auch mal da rein. Brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Mehr Qualität. Wollte ich ja, bewahre ich ja auf. So. Und die lasse ich mal. Ich habe jetzt da sieben. Ich probiere mal. Ich glaube, wenn ihr einen kritischen Treffer erleidet. Ne, das wollen wir gar nicht so viel. Legen wir auch mal da rein. Ne, aber ist ja Qualität. Was macht das da? Das gehört da gar nicht rein. So. So, was haben wir noch? Also wir haben noch ein... Achso, warte mal. Da war ja, glaube ich, noch eine Belohnung. Die wollen wir uns natürlich auch holen. So, das ist, meine ich, für die... Für den Skorpion noch. Das heißt, wir haben jetzt zwei Fertigkeitspunkte. Wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir die Defensive noch ein bisschen steigern. Auf die ein oder andere Art und Weise. Wir haben zwei Punkte. Ich habe mir gedacht, entweder nehmen wir jetzt diese beiden. Oder wir gehen jetzt hier rüber und holen uns dann hier unten über diesen Weg noch Leben dazu. Und ich denke, dann sind wir defensiv eigentlich, ja, ganz gut aufgestellt hier unten. Das könnten wir uns vielleicht auch noch holen. Da haben wir nochmal eine zusätzliche Chance, Angriffstreffern zu entgehen. Erhöhen nochmal die Elementarwiderstände. Solche Geschichten, das wäre eben auch nochmal eine Variante wert. Kriegen an der Stelle aber natürlich jetzt erstmal nicht mehr Leben. Wenn ich mir jetzt die Defensive mal angucke, dann haben wir einen Ausweichwert. Das heißt, wir haben eigentlich ziemlich geringe Chance jetzt auszuweichen, weil wir natürlich auch von den Items... Was haben wir hier? 500, das geht noch höher. 169. Also das ist auch nicht... Wir haben hier ein bisschen drauf. Also das sind natürlich auch... Von den Items her ist da auch nicht so viel. So, jetzt wurde das natürlich auch noch ein bisschen gesenkt, weil wir ja diesen Punkt hier genommen haben. Das heißt, wir haben ja weniger Rüstung, weniger Energieschild, weniger Chance, sondern Angriffsschaden zu blocken. Das ist natürlich... Also ich sag mal, Ausweichen ist eigentlich letztlich ein bisschen unser Ding. Das heißt also hier, die würde ich jetzt nur mitnehmen. Nicht wegen des Energieschilds, obwohl das natürlich auch ein bisschen hilft, sondern eigentlich in erster Linie wegen des Lebens. Also das erscheint mir irgendwie sinnvoller, als jetzt hier den ganzen Weg hoch zu gehen. Obwohl man natürlich hier diese Punkte sich unter Umständen noch holen kann. Gerade das mit den Füllungen ist gar nicht so schlecht, weil das ja auch ein bisschen genervt wurde. Aber ich lasse es trotzdem jetzt erstmal außen vor. So, das heißt... Ich glaube, ich nehme jetzt als erstes tatsächlich diese beiden Punkte hier. Das heißt, wir steigern die Elementarwiderstände sowieso und wir steigern auch nochmal unser Ausweichwert. Energieschild steigern wir auch, Leben steigern wir auch. Also das sind jetzt so die nächsten beiden Punkte. Und die Punkte drauf, die sind dann wahrscheinlich entweder hier oder da. Das muss man so ein bisschen abschätzen. 2500 ist natürlich nicht viel. Wir müssen den schon irgendwie gucken, dass wir den nachher Richtung 4000 im Atlas allerdings erst, dass wir den da so 4000, 4500 wäre schon nicht schlecht. Das kann man auch ein bisschen über zusätzliche Juwelen, über zusätzliche Items etc. machen. So, haben wir hier alles. So weit, so gut. Also wir gehen jetzt hier wieder zurück in das Vorgebirge. Da machen wir jetzt eigentlich so das nächste, was wir hier machen müssen. Habe ich soweit alles aktiviert? Ja, sieht gut aus. Also gehen wir mal ins Vorgebirge. Mal gucken, ob ich es noch kann. Ja, sieht gut aus. Kann es scheinbar noch. Oh, der Krebs ist aber hier schon. Hält gut gegen an. So, wir müssen natürlich auch irgendwie noch gucken, dass wir vielleicht die Giftwirkung noch ein bisschen verstärken. Ja, über Items dann auch. Kann sie vielleicht noch ein bisschen beschleunigen. Oh, das nehme ich mit. Das will ich auch haben. Die nehme ich mal mit. So, aber hier wollen wir nämlich die Basiliskensäure erledigen. Und wir brauchen natürlich noch so eine Konstellation Zaubern bei Litten im Schaden. Damit wir ein bisschen was runterkriegen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Fluch da nicht mit verbinden soll. Das wird uns natürlich noch mal ein bisschen helfen. Das können wir vielleicht auch jetzt einfach mal gucken, was wir jetzt noch so an Items finden. Sonst besorgen wir uns noch mal ein Item. Vielleicht über die Handschuhe oder Stiefel. So, wo geht es weiter? Dann muss ich wohl nach da hinten. Da können wir mal aufmachen. Dann muss ich wohl nach da hinten. Wer hätte das gedacht? Oder ich habe irgendwie einen Weg verpasst. Ach, da geht es noch weiter. Ja, ich wollte noch mal gucken, was hier so ist. Weiß ja nie, ob da nicht noch was Tolles so rumliegt. Dass irgendjemand von euch, der schneller war, als ich da, hat liegen lassen. Aber ich weiß es ja nicht. So, um mich da ein bisschen zu unterstützen. Also, ich glaube, das mehr Leben hilft uns echt ungemein, glaube ich, denke ich mal. Und natürlich, außer ich werde noch ein bisschen zu pushen, aber dann wirklich über die Items. Jetzt muss man ja ein bisschen nehmen, was man finden kann. Man hat natürlich auch noch nicht so viele Sphären, dass man das alles so ein bisschen so anpassen kann. Weil die meisten fallen ja nachher tatsächlich auch erst im Atlas so richtig. Jetzt ist das ja immer noch so ein bisschen eingeschränkter, die Möglichkeit. So, man könnte natürlich auch, ich hätte auch die ganzen Expeditionsbegegnungen ja mitmachen können. Da hätte ich ja auch das eine oder andere sicher bekommen. So, dann wäre ich aber jetzt wahrscheinlich auch gerade in Akt 5. Frühestens. Was auch nicht so schlimm gewesen wäre, was bloß meinen Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht hätte, was den Stream angeht. Hey! So, auch wenn das ein sehr nettes, charmantes, hey, war. Hey, du. Äh, werde ich trotzdem weiterlaufen. Toilu. Ich muss bestimmt da hinten hin. Irgendwo ist er. Dieser finstere, gruselige Basilisk. Aber wir entfernen uns, habe ich so einen Eindruck. Gerade. Wieder. Weil da, wo die Figuren sind, da lungert der meistens auch ein bisschen rum. Also, ist er bestimmt in die Richtung. Ja, da hinten ist auch eine Anfertigungsoption. Ich sage mal ja. Da ist er auch schon. Vorsichtig, der fehlt ein. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das spielt jetzt so für die... Für die Kling gar nicht so die Rolle. Weil wir ja... Äh, weil die ja... Weiter laufen eine Weile. Wenn er uns hier... Bei der Bewegung behindert. So, haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. So, ich will doch mal gucken. Also, was kann eigentlich weg? Also, das Ding kann ja theoretisch weg. Richtig? So, da sind natürlich wirklich viele Widerstände drauf. Aber eigentlich kann das weg. Nee, Pessbringer ist da drin. Zweite Luft. Nee, kann doch nicht weg. Also, ich bräuchte schon... Doch, kann. Also, weil das können wir da auch rein machen. So, dann kann das hier am ehesten jetzt weg. Und ich gucke mal, ob die hier nicht vielleicht so... So, das... Das will ich schon mal los. Ob die hier nicht vielleicht... Irgendwo... Wer verkauft denn hier Waffen und sowas? Ja. Nee. Das sind die anderen beiden. Nee, da muss es ja irascher. Ja, Gegenstände kaufen. Ob die nicht vielleicht... So ein schönes Paar... Handschuhe hat? Nee, hat sie nicht. Ich bräuchte ja... Irgendwas, wenn... Rüstung ausweich wird. Ja, passt eigentlich nicht so ganz. Also, nur Rüstung wäre eigentlich fast besser. Weil wir müssen drei rote Fassungen haben. Und eine blaue. So, also eigentlich wäre... Tatsächlich Rüstung... Besser. Aber hier ist nichts, was nur auf Rüstung... Also, das... Die würden tatsächlich auch noch gehen. Weil wir hier... Eine gute Chance haben, rote und blaue Fassungen hinzubekommen. Soll ich die mal probieren? So, wir sehen hier ohne Widerstände eigentlich aus. Naja, im schlimmsten Fall gehen die wieder runter. Aber ich habe da echt viele Widerstände drauf. Haben wir denn da irgendwas mit... Blitzwiderstand? Also, das ist doch schon mal eigentlich ganz gut. So, das war es aber alles. Ich könnte da jetzt noch einmal Widerstand noch dazulegen. Wenn ich die jetzt hier tausche... Ja, dann müsste ich nur noch den Feuerwiderstand darauf kriegen. Und ich glaube... Was sind... Haben wir hier? Präfix, Präfix, Suffix, Suffix... Also, ein... Suffix ist noch frei. Das ist immer ein Suffix. Also, eins ist noch frei. Drei und drei geht immer. So, aber ich müsste natürlich jetzt... Es hinbekommen... Dass da vier... Fassungen drauf sind. Das hat ja auch gleich geklappt. Dass die natürlich in der Farbe sind, wie ich sie brauche. Und dass sie miteinander alle verbunden sind. So, das wäre jetzt eigentlich perfekt. Dann gehen wir mal in Akt... Äh... Sechs. Genau, da können wir ja alle... Gämmen kaufen, wie wir sie brauchen. Und dann bauen wir da jetzt mal unsere Zaubern bei Eliten im Schaden. Konstellation. Ein Lilly. Hallo. Gegenstände kaufen. Also, wir brauchen Zaubern bei Eliten im Schaden. So, die haben wir da. Ne, gar nicht, wahr? Die haben wir hier. Kostet eine Sphäre der Alchemie. Alles klar. So, dann brauchen wir... Schreide und Sterblichkeit. Unbedingt. Kann ich nicht benutzen, weil ich so wenig Stärke habe. Gut, aber das könnten wir noch beheben. So wahnsinnig wie... Oh, 79 brauche ich dafür. 79. Wie viel habe ich denn? 55. Oh, da müsste ich aber ganz schön... Stärke noch irgendwo drauf fangen. Aber das kriegen wir noch hin. Äh, das machen wir zur Not über einen Fertigkeitsbaum. Äh... Ja. Machen wir mal Punkte korrigieren. Einen können wir... Dann korrigieren wir diesen einen nochmal. Und nehmen hier jetzt einfach die Stärke nochmal dazu. So. Dann geht's. Hier wollen wir eh nicht groß hochstufen. Dann brauche ich noch, äh, verlängerte Dauer. So, das müsste der sein. Und dann wollen wir... Und ich habe jetzt einfach mal gehofft, dass das blau ist. Äh, dann wollen wir... Ups, Gegenstände kaufen. Dann wollen wir bei blau noch haben. Verkümmerung. Blitzziele. Verkümmern da. Das ist nämlich... So, kanalisieren. Ne, kann aber nicht mit... Funktioniert nicht mit... Also würde jetzt hier nicht funktionieren, weil das kann keine Kanalisierungsfertigkeiten. Was gibt's denn hier sonst noch so für schöne Flüche? Elementarempfindlichkeit. Schwächen. Schwächen wäre auch gut. Dann machen die ein bisschen weniger Schaden. Verzweiflung. Dann nehmen wir Verzweiflung, oder? Die haben 20% weniger Chaoswiderstand. Das ist okay. Allein erhöhten Schaden von Schaden über Zeit. Ähm, Flügtreffer entgegen. Das ist okay. Dann nehmen wir den da mit rein. So. Weniger Schaden wäre auch okay. Wenn wir die jetzt hier mit Schwächen verzaubern würden. Das wäre eigentlich auch okay. Weil dann verursachen die weniger Schaden. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir kümmern uns jetzt einfach darum, dass die mehr Schaden kriegen. So, jetzt haben wir diese Konstellation eben fertig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil diese Zauberbeile hinten im Schaden, die kann jetzt nur bis Stufe 38 unterstützen. Das heißt, die Anforderung, Schreide und Sterblichkeit, da steht diese Anforderung, erfordert Stufe 34, würde noch gehen. Würde da stehen, erfordert Stufe 40, würde das jetzt gerade nicht mehr miteinander funktionieren. Und wenn die Stufe aufsteigen, dann wird das mehr. Möchte ich aber gerne Zauberbeile hinten im Schaden, dass die möglichst hofft. Also die würde jetzt alle Angeschlossenen nur dann ausführen, wenn ich 528 Schaden erleide. Wenn ich die Höherstufe, wird das immer mehr. Und ich habe ja gar nicht so viel Leben. Also dürfen wir die nicht so hochstufen. Das heißt, wir bringen die auf Stufe 3. Schreide und Sterblichkeit würde dann funktionieren mit Stufe 5. Zauberbeile hinten im Schaden, hier bei Stufe 3. Schreide und Sterblichkeit bei Stufe 5. Ich tippe mal die auch Stufe 5, das müssen wir mal gucken. Und verlängerte Dauer, das ist eine Unterstützergebung, die können wir hochstufen, so viel wir wollen. Also da gibt es diese Beschränkung nicht. So guter oder nicht so guter? So, der hat weniger Leben drauf, aber viel mehr Widerstände. Was natürlich total super ist. Vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen Leben drauf kriegen. Gucken wir mal. Über die Werkbank. Also wir brauchen ja auch noch ein bisschen Feuerwiderstand. Müssen wir ja auch noch gucken. So, würde jetzt hier noch Feuerwiderstand dazulegen wollen, aber tatsächlich erstmal das einfache. Da müsste das mit den Widerständen wieder hinhauen. Ja, sieht gut aus. 75 ist wie gesagt das Ende. So, nachher, also im Atlas nachher gerne auch ein bisschen höher, weil es eben Varianten gibt, die das ein bisschen runterdrücken. Und dann muss das hier gerne höher sein. Wenn du jetzt hier minus 20 hast zum Beispiel, hätte ich jetzt immer noch 75. Wenn ich aber nur 75 hätte, minus 20, dann hätte ich hier nur noch 55. Das ist so der prozentuale Schutz. Das heißt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ihr kriegt 100 Blitzschaden, 75% werden davon abgezogen. Kriegt ihr nur noch 25 Schaden. Habt ihr natürlich hier mehr und wir reden ja nicht über 100 Schaden, sondern lieber mehr, dann kann das echt schmerzhaft werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da noch vielleicht Leben drauf kriegen würden. Kriegen wir sogar. Nicht so viel. Der hat 29 von Haus aus. Der hat natürlich von allem ein bisschen mehr. Aber traumhafte Widerstände. Und das dauert nicht lange, denn werden wir auch wieder Widerstände verlieren. Was haben wir denn als Leben? Ich denke mal, das werde ich einfach mal in Kauf nehmen. So, und da haben wir natürlich hier super Widerstände. Und ich weiß ja, dass demnächst wieder was abgezogen wird. Also könnte ich das dann theoretisch sogar so lassen. So, das verkaufen wir mal alles. Hier haben wir natürlich wieder Ausweichen, ein bisschen eingeblüßt. So, hab ich noch irgendwo was, wo ich noch was draufwerfen könnte? Mal gucken, wir können da nochmal gucken. Die letzten Male war das nicht so interessant. Äh, nee. Da geht da inzwischen irgendwas. Erhöhter Zauberschaden kann da zum Beispiel mit drauf. Mittlerweile ist ja gar nicht so schlecht. Ich hab ein bisschen was. Erhöhter Chaos Schaden ist auch gar nicht so schlecht. Bloß das hilft uns an der Stelle nicht weiter, weil wir da natürlich keinen Chaos Schaden mitmachen. Erhöhter Schaden über Zeit. Das ist doch gut. Das wäre das Gift. Das ist doch das, was wir wollen. Kostet auch, ja. Gut, dann bleiben wir erstmal dabei. Also wir bleiben auf alle Fälle erstmal dabei. Das muss man jetzt mal ausprobieren. Ähm, normalerweise erhöhter Feuerschaden ist ja auf vielen Items sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt fügt Zaubern, also wenn Deutsch zum Beispiel fügt Angriffen, was dazu würde, dass wir oben stehen. Erhöhter physischer Schaden würde sich auch nach oben hin auswirken. Ich glaube, dass sich das gar nicht auswirkt. Großartig. Wäre eigentlich mal ein Versuch wert. Wir können das ja auch wieder korrigieren vielleicht. Ich muss mal eben gucken. Ja, wir haben da die Möglichkeit, das zu korrigieren. Die habe ich eben auch in ausreichender Zahl. Also können wir das einfach mal testen. So, ich muss mal gucken. Wir müssen natürlich mal gucken, wie viel Schaden wir dann mit Vergiften machen. Äh, offensiv. So, Giftschaden pro Sekunde 371. Machen wir da jetzt aktuell mit. So, ich muss das aber in der Konstellation gucken. Offensiv. Giftschaden pro Sekunde 389. Und jetzt erhöhen wir hier einfach mal den Chaos-Schaden. So, 410. Tatsache. So, und jetzt könnten wir hier nochmal gucken. Was denn hier wäre, wenn wir hier machen, erhöht der Schaden über Zeit, die 6. Nehmen wir das da mal mit drauf. Beides wäre natürlich perfekt. So, offensiv. So, offensiv. 429. 429. Ah, gut. Ist jetzt nicht so die Welt, aber. Ne, warte mal. 429. So, kann sein, dass ich jetzt 429, dass ich da jetzt. Ist natürlich riskant. 429. 429. 429. Ja, ist doch. Ah, gut. Das war jetzt mein Fehler. War schon richtig. Mal gucken, können wir das überhaupt noch? Ne, da fehlt jetzt die Weiße dazu. Mach nix. Kann ich auch mit leben. So. Das kommt dann noch mit rein. Das hatten wir da rausgenommen, ne? Als ich den rausgenommen habe. Da ist es natürlich deswegen. Ah. Schlafwitze. So, mach nix. Ja, weiter geht's. Jetzt müssen wir bei der Zauberin, bei Eliten im Schaden, eben aufpassen. So, wir müssen jetzt noch, pass auf, wir müssen Oyun noch retten. Und wir müssen das Pulver noch finden. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir jetzt natürlich ständig irgendwelche Hinweise kriegen, dass sich die Gem in der Stufe steigern. Steigern, dass wir natürlich immer die nicht einfach blind hochstufen, sondern dass wir wegen dieser Zauberin bei Eliten im Schaden Variante einfach mal gucken. So, was haben wir hier? Hier haben wir Oyun. So, ich finde mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, dass der jetzt wieder geschmeidig ist. Aber es wird besser. Und wenn wir jetzt den Schaden eben noch pushen können und den Ausweichwert nachher noch, ich glaube, dann läuft der auch wesentlich stabiler. Das war nur so eine Übergangsquälerei. So hoffe ich. Aber die Spielart ist trotzdem noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die haben wir schon mal weg. Aber sie fehlt noch. Ah, da ist sie wieder weg. Ich stelle mal den Pestbringer wieder, die aktivieren, damit wir nicht die ganze Energie... Okay. So, das haben wir. Dafür gibt es auch eine super Belohnung. Wollen wir uns die gleich holen? Die holen wir uns gleich. Bevor wir weitermachen, holen wir uns mal schnell die Belohnung. Na? Wir haben mal irascha. Jawohl. Und diesen. Jetzt holen wir uns den aber. So, jetzt haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Leben. Höheren Ausweichwert. Wie sieht es denn jetzt hier überhaupt aus? Defensiv. Ausweichwert. 15 Prozent. Das ist doch okay. Dafür, dass wir die Handschuhe auch schon wieder weggemacht haben. Das müssen wir natürlich, wie gesagt, das müssen wir noch steigen. Wir müssen ein bisschen auf Ausweichen gehen. Vielleicht Kombi mit Energieschild. Das können wir uns ein bisschen aussuchen. Aber Ausweichen wäre eigentlich so die favorisierte Verteidigungsgeschichte. Ausweichen, 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 Ausweichen. So, hier gehen wir wieder zurück. Weil jetzt müssen wir noch das Pulver finden. Das finden wir hier auch. Und dann erst können wir weiter. Was ist ja eigentlich 63? 63 bin ich auch. Also es passt. So, ich mache das immer so. Ich warte jetzt, bis ich die Zaubern bei Linden im Schaden auf Stufe 3 habe. Dann kann ich genau gucken. Ich meine, dann ist die Anforderung bei Stufe 4, ich weiß nicht, 42 oder so, glaube ich. So, und dann erst erhöhe ich den Rest. So, da ist der nächste Eingang. Das heißt, da finden wir das Pulver. Wie gesagt, ab und zu mal muss man aufs Mana drücken. Der Horst, der hat immer so Mana und du Horst. So, jetzt haben wir das eigentlich schon mal. Schreide und Sterblichkeit. Wir warten jetzt noch auf die letzte. Auf die letzte der Gämpf. Die brauchen am längsten. Sieht man ja auch. Die lässt sich auch mal zahlen. Mensch. Oder Horst, was hast du dazu? So, wo kommen wir denn hier wieder raus? Nein, ich bin gefördert. Ich komme hier nicht wieder raus. Ich muss hier bleiben bis an den Rest meines Helden-Daseins. Gut, gehe ich da raus. Oh, wir sind kurz davor. Oh, wo sind sie? Eine nur. Wenn man manchmal ein bisschen wartet, dann kriegen die noch Unterstützung. Da gibt es eben auch so... Oh, hat er sogar... Ne, das war nur die normale Unterstützung. So, die werde ich natürlich... Hier kriegen wir jetzt zum Beispiel Informationen. Deswegen nehme ich hier jetzt die Informationen. Die Frage jetzt, Exile, ist, ob wir alle nicht enthüllen. So, jetzt machen wir das mal voll. Bip. Salarim. Achso, warte mal. Ich kann jetzt überhaupt mal die GEM-Konstellation ein bisschen vorantreiben. Also, wir haben jetzt... Können wir sehen, nächster Stoff erfordert Stufe 40. Also, das heißt, bis Stufe 40 kann ich jetzt alles hochstufen. So, der verlängerte Dauer geht ja sowieso. Äh, Verzweiflung. Erfordert Stufe 27. Da habe ich noch ganz viele. Da habe ich ein bisschen weniger. So, also... Machen wir mal eine Runde weiter. So, jetzt darf ich eben die Schrei... Äh, Zaubernbeilitten im Schaden. Die darf ich jetzt eben... Noch einmal hochstufen und beim Mal danach muss ich eben mit dem Rechtsklick das Ganze verhindern. Moment, um mein Bett zu holen. Ohohoho, da war ein Amulett. Bestimmt ein richtig gutes. Das ist eigentlich so auch der Bereich, wo man sagen kann, also... Lieber vorher ein bisschen durchpreschen, theoretisch, wenn man möchte. Da bis 40 dürfen wir ja, also... Äh, lieber ein bisschen... Oh, da ist der Boss drin. Das wird, äh, heiter. Heiter bis wolkig. Ich hoffe mal, dass der sensibel ist. Gegen... Ja, ist er auch. Weil wenn dieses Rumgeblitze anfängt, genau, dann sind wir nämlich geschockt. Und dann kriegen wir mehr Schaden. So, da habe ich sonst immer gestorben mit anderen Chars. Naja. Also wenn wir eben, äh, wie gesagt, geschockt sind, kriegen wir mehr Schaden. Wenn wir die Gegner schocken, kriegen die mehr Schaden. Das gibt nachher im Atlas auch Karten mit geschocktem Boden. Das heißt, immer wenn wir über diese Blitze laufen, kriegen wir in dem Moment dann gerade mehr Schaden. So, sind wir das Ding auch los. Äh, also hätte ich ihm auch direkt geben können. Hätte ich jetzt gar nicht hier direkt hergemusst, aber ist egal. War auch schön. Ein letztes Mal vielleicht. So, weil mit dem Zeug kann er jetzt nämlich hier die Tür aufmachen. Und dann geht's weiter Richtung Boss von Akt 9. Ist natürlich auch viel Blutungsschaden jetzt hier mit dazwischen. Das ist natürlich immer ein bisschen fies, wenn die einen erwischen. Da gibt's ja diese eine Gottkraft. Die wäre jetzt vielleicht ganz sinnvoll, ähm, dass man... ...weniger Blutungsschaden bekommt. So, wenn man Blutungsschaden bekommt... Äh, man bekommt mehr Blutungsschaden, wenn man sich währenddessen bewegt, als wenn man stehen bleibt. Aber dann mit dem Stehenbleiben ist ja manchmal auch so eine Sache. So, den können wir schon mal hochstufen, weil das die Unterstützer-Germity spielt. Keine Rolle. Zumindest war das früher immer so. Ich weiß nicht. Nicht, dass sie das jetzt auch geändert haben zu dieser Liga. Aber ich glaub nicht. So, Schreide und Sterblichkeit... ...dürfen wir ja bis 40, hab ich gesagt. Also von daher geht das noch. Die dürfen wir auch auf Stufe 5 bringen. Also bei der weiß ich das jetzt auch schon. Bei Fluch müssen wir dann nachher gucken. Aber ich glaube, den können wir auch höher stufen. Von der Stufe, als die anderen Sachen. Ich weiß nicht, 7 oder 8 vielleicht. Wir werden's sehen. War eine Sackgasse. So, ein paar fiese Sachen haben wir noch vor uns hier. Doch, da lang. Aber den... Naja, vielleicht Triebschlund. Könnte sein, müssen wir den erledigen? Vielleicht. Ja, müssen wir erledigen. So, Verzweifler, Fotosstufe 33. Guck mal, da können wir ja auch noch. Ups. Ah, wollen wir mal gucken. Das ist der verkümmernde Schritt, ne? Oder? Ja, genau. Den können wir ab und zu theoretisch auch mal einsetzen. Da kriegen die nämlich gleich Verkümmerung. Müssen wir mal gucken. Wenn wir mal so machen zum Beispiel. Also wir wissen, dass wir den Spur sowieso gerade nicht brauchen. Dann kann man das natürlich auch einsetzen. So, wir wollen ihn auf Stufe 3 bringen. Das heißt, erfordert Stufe 42. Das heißt, wir dürfen die anderen alle bis 42. So, weil dann kriegen die Verkümmerung. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. So, dann rasseln wir sie über diesen Weg nämlich auch noch schneller weg. So, der faulende Kern. Wir sind ein Stück weiter. Oh, ich muss hier den Pestbringer ausschalten. Ich habe glaube ich auch erst im letzten Akt festgestellt, dass man den ja auch wieder deaktivieren kann. Um nicht hier alles auf Null zu bringen. Wobei das natürlich schon ein bisschen komplizierter auch ist. Achso, ich habe einen Stufenanstieg noch. Ähm, ja, jetzt ist eben die Frage. Gar nicht wahr. Wenn wir kürzlich einen kritischen Treffer haben. Ist natürlich auch super. Auf sowas wird man vielleicht zukünftig auch ein bisschen mehr achten müssen. Äh, wo wollte ich hin? Mal kurz gucken. Leben. Leben. Also wie gesagt, das wäre eben auch eine Möglichkeit, um unseren Ausweichwert einfach nochmal zu steigern. Und 3% Chance und 3%. Also gerade bei der Anzahl der Gegner, mit denen wir immer zu tun haben, fände ich das auch gar nicht so schlecht. Und es erhöht die Elementarwiderstände. Das heißt, wir haben da natürlich ein bisschen weniger Problematik. Und wir kriegen 1% zum maximalen Kältewiderstand. Das heißt, ihr hört nicht bei 75% auf, sondern 76%. Das hilft uns natürlich bei allen Bossen, die Kälteschaden machen. Kann das von Vorteil sein. Oder aber, wir gehen jetzt als nächstes dahin. Und holen uns dann diese Punkte eigentlich wegen des Lebens. Also ich mache jetzt tatsächlich mal das. Oh, der schwarze Kern, sind wir schon da. So, verlängerte Dauer. So, wir müssen jetzt hier in diese 3 Teilbereiche. Fangen wir mit Chavron mal an. Ach, das ist das Syndikat, treibt sich hier rum. Die können ruhig. Also bei diesen Transporten muss man den Typen stoppen, bevor der Transport sein Ziel erreicht hat. Aber hier habe ich ja andere Sorgen gerade. Ich glaube, ich würde den auch nicht unbedingt. Guck mal da, der kriegt jetzt nämlich Unterstützung. So, jetzt habe ich ja auch noch verflucht. Mit Verkümmerung. Ja, mach mal. Und, ja, wechsel ruhig. Man kann auch Abbreche machen, wenn da gar nichts Praktisches dazwischen ist. So, genau. Das wollte ich eigentlich gerade nicht. Eine Vorderstufe. Schreide und Sterblichkeit. Das kann wir machen. Weil bis 42 dürfen wir ja. Also die dürfen wir auch bis Stufe 5 hoch. Stufen. Ach, wie ist es jetzt hier? So, jetzt sind wir mal gespannt. Wo ist sie? So, das ist die Phase. Da läuft gar nicht mal so schlecht. Gestorben bin ich trotzdem. Aber war knapp. So, mangelndes Feingefühl. So, gekriegt habe ich sie doch. Aber hier und da eben der eine oder andere tot. Ewiges Lebensfest. Nehmen wir mal mit. Vielleicht ist da was Brauchbares drauf. Ja, wenn ihr erleidet. Ne. Und verringerte 50 wird sofort angewendet. Das ist natürlich super. Aber Stufe 65 muss ich dafür sein. Also einmal. Ne, gar nicht wahr. Einmal hier hin zurück. Können wir höchstens hier einmal sagen. Kurz mal nach Hohenforte ein bisschen Kram verkaufen. Wer weiß, was wir noch so schönes finden jetzt. So, Belohnung kriegen wir ja nicht mehr. Leider. Ne, kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Brauchen wir auch nicht. Äh, die kann definitiv weg. Was ist das da schönes? Hm, ne. Kann auch weg. So, nächste Runde. Die haben wir. Also müssen sie alle drei. Erledigen. So, das ist der Typ mit dem Chaos Schaden hier. Ach, ne. Wolkjus haben so jetzt die erste Karte gefunden. Für den Atlas. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar mehr finden. Was? Ehrlich, Pjetz? Ah. Ups. 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 Oh, ich muss natürlich auch zuha- Oh, Mana. Mana. Oh, das sind aber ganz schön viele. Das waren nur mal weniger. War das nicht immer drei? Ja, leichtes Mana-Problem gerade. So, den haben wir aber gut hingekriegt. Also, langsam komme ich auch wieder rein. So, und der dritte. Im Bunde. Deidre. Ah, Deidre ist ein bisschen mieser. Also, kommt ein bisschen auf den Schaden. So, Unterstützung können wir dürfen. So, das sind immer Flüche, ja. Also, das heißt, wir haben in jedem dieser Bereiche haben wir immer einen Fluch am Hals. Der uns wieder langsamer macht. Oder irgendwas anderes. Kann man dann immer gucken. Na, hier sind wir zur Wundbar. Das heißt, wir kriegen einfach mehr Schaden. So, hier sind wir jetzt Schwächen. Das heißt, wir machen weniger Schaden. So, da sind wir. Und zwar, also, die hat jetzt Stufe 3. Und ich könnte die jetzt noch weiter hochstufen. Aber, dann muss sie eben immer mehr Schaden kassieren, damit sie überhaupt ausgelöst wird. Das macht gar keinen Sinn. Also, zumindest bei dem bisschen Leben macht das keinen Sinn. Das ist was für, wenn man das zu hoch stuft, dann ist das eher was für, ich sag mal so, die Tank Chars, die was weiß ich, 6.000 Leben oder so haben. Aber hier ist es egal. Das heißt, ich mache jetzt einen Rechtsklick drauf. So, die hat jetzt Stufe 4. Und die nächste Stufe erfordert Stufe 42 auf 5. Das heißt, da wäre da Nachschluss. So, und die hat ja 39. Da habe ich noch. Wäre vielleicht auch schon nächste Stufe. Müssen wir mal gucken. So, und dann müssen wir hinter... Genau. Und das ist mit manchen Chars ist das echt ein Riesenproblem, weil die natürlich alles wegkratzen. Also, das ist zum Beispiel ein Problem mit Totem-Chars. So, Vorsicht. So, weil die Totems natürlich angreifen. Oder mit Kreaturen-Chars ist das gleiche. Die greifen natürlich auch an. Was? Das Zeug hält. So, wir haben jetzt aber schon ganz schön viele Flüche hier kassiert. Ich weiß auch gar nicht, ob man die wegbekommt. Also, wir müssen mal ausprobieren. Wenn wir das Ding hier vernichten. Ah, schade. Ich wollte es doch ausprobieren. Jetzt wollte ich gerade mal was testen. Hätte ich nicht machen dürfen. Fluch habe ich trotzdem. Ich weiß nicht, hat er das nicht gewertet, dass die alle wieder da sind? So. 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 Und zurück. So, jetzt können wir ihn anquatschen. Und dann macht er den Rest. Was ist denn das? Genau. So. Jetzt gucken wir mal. Ganz kurz. Hier. Das sind wie gesagt die Sachen, die wir weiter hochstufen können. Also, es kommt wegen dem Dings ausreichend weiter, die wir weiter hochstufen könnten. Wo wir aufgehört haben, wo wir gesagt haben, wir stufen sie nicht weiter hoch. Die landen hier. Das heißt, das kann man sich im Inventar angucken. Wenn wir jetzt mal hier gucken. Zaubern bei Litten in Schaden. Also, er funktioniert mit dem und mit dem noch. Hier steht jetzt eben. Der löst aus, wenn ich 661 Schaden bekommen habe. Dann löst er einmal aus. Dann macht er Schreide und Sterblichkeit. Das heißt, ich kriege ein bisschen weniger Schaden. Und dann verzaubert er die Gegner auch noch mit Verzweiflung. Das heißt, die kriegen weniger Abzug bei Chaoswiderstand. Die kriegen mehr Chaos-Schaden. Das ist ja für uns ganz gut. Und die erleiden mehr Schaden von Schaden über Zeiteffekten. Was für uns ja auch dann doppelt gut ist. Also, von daher ist das schon mal von Vorteil. Diese verlängerte Dauer, die wirkt eben mit den Sachen, die wir hier angegeben haben. Also, das funktioniert dann schon ganz gut. Manchmal. Geht eigentlich darum, wenn wir einen Treffer kassieren, dass der zweite Treffer nicht mehr ganz so hart werden kann. Das ist eigentlich so ein bisschen das Prinzip. Und dass wir uns dann eben noch mal ein bisschen unterstützen. Da ist er ja schon wieder. Der war ja nicht lang weg. Ah, hat mich erwischt. Der hätte ich rausgemusst aus den. Also, mit dem muss ich ein bisschen mehr in Bewegung sein. Das ist natürlich bei Totem-Geschichten. Ich weiß schon, warum ich gerne Totem-Templer spiele. Bisschen leichter. Da läuft man einfach ein bisschen so außenrum. Stellt seine Totems auf. Und gut ist. Hier muss man natürlich immer zwei sagen. Man muss immer ran und weg und ran und weg. Das macht es gefühlt ein bisschen zäh. So, der kommt auch früher wieder, habe ich das Gefühl. Das wird auch mit einem besseren Fläschchen, was Leben angeht, nachher auch ein bisschen leichter werden. Aber ein Mana-Problem müssen wir unbedingt ein bisschen in den Griff kriegen. So, jetzt haben wir ihn auch noch ein bisschen. So. So, die wären eigentlich gut. Theoretisch. Alles andere brauche ich nicht unbedingt. Genau. So, und dann fahren wir wieder nach Oreos. Damit sind wir jetzt in Akt 10 angekommen. Jetzt sollen wir mal gucken. Akt 10. Und zwar. So, 13 Stunden, 22 Minuten. Und wir brauchen ja mindestens noch eine Stunde, schätze ich mal, ungefähr, bis in den Anlass nachher. Seit langem einer meiner längsten Liga-Starts. Komisch, weil ich hier so viel dran rumbasteln muss an dem. Da liegt es natürlich auch ein bisschen dran. So, und, äh, so, 30 Mal gestorben bisher. Also das ist echt ewig her, so oft durch die Akte. Ich glaube, dass das auch nicht alles die Nerf sind. Also hier hängt einfach mehrere Sachen zusammen. Natürlich einmal die ganzen Nerfs, dass man nicht mehr so viel Schaden raushaut. Ähm, gut, die Bosse werden hier auch schneller gestorben, muss man fairerweise sagen, wenn der mehr Schaden gemacht hat. Also das ist sicher ein Grund. Äh, zweiter Grund ist natürlich, dass ich vielleicht auch nicht mal so Nahkämpfer geeignet bin. Hier ist jetzt wieder so ein bisschen so leicht, ähm, instabiler Char. Und Nummer drei, dass ich mich hier wirklich ganz an die Spielausrichtung hier gewöhnen muss. Also kann super sein. Probiert's ruhig mal aus. Er kann für euch genau das Richtige sein. Vielleicht spielt er den auch schon ganz, ganz lange. Ähm, weiß ich, ich will jetzt noch nicht sagen, dass das für mich nichts ist. Ich muss an dem noch ein bisschen arbeiten, so. Und dann könnte das natürlich schon richtig interessanter Char werden. Also wir sind jetzt in Akt 10. Das heißt, wir machen uns jetzt auf, äh, das Übel endgültig aus der Welt zu schaffen. Und da schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.